Hey, grüß euch da draußen. Kennst du das auch? Deine Umwälzpumpe ist von heute auf morgen undicht. Und natürlich dann, wenn die Sonne scheint, der Badebetrieb auf Hochtouren läuft. Warum ist das so? Gibt es Ersatzteile und wenn ja, wo und wie? Kann die Pumpe trotzdem weiterlaufen? Oder aber deine Verwaltung ruft dich an und braucht mal eben kurz die Info, wie viel Strom verbrauchen wir denn aktuell mit unseren Pumpen? Welches Einsparpotenzial haben wir denn aktuell und was müssten wir investieren? Oder aber du möchtest einfach selbst wissen, bei welchem Betriebspunkt du noch mehr aus deinen Pumpen rausholen kannst. Und genau dafür hat Herborner Pumpen das HP Object Projekt ins Leben gerufen. Ja, in diesem Video zeige ich euch das Projekt und wie du in Zukunft einen großen Schritt in die Digitalisierung machen kannst. Und das völlig kostenfrei und versprochen ohne Hintergedanken. Eine wirklich große Herausforderung für jeden Betrieb ist es Daten zu sammeln, Daten auszuwerten, die Daten richtig zu interpretieren und diese in den richtigen Kontext zu bringen, um dann erforderliche Erkenntnisse daraus so umzusetzen, dass sie entweder Betriebsabläufe an sich optimieren, sich Kosten einsparen lassen oder dich mit deinem Betrieb auf ein neues, modernes Level bringen können. Ja, ich spreche von der Digitalisierung. Und da beginnen jetzt mit Sicherheit bei dir gerade sämtliche Alarmglocken zu läuten. Denn wirst du in Zukunft ersetzt, bist du ab jetzt ständig überwacht, übernehmen jetzt irgendwelche Systeme deine Fachlichkeit oder kannst du in Zukunft überhaupt noch etwas mitbestimmen? Tja, diese allgemeinen Sorgen sind natürlich tatsächlich auch berechtigt und bedürfen in Zukunft eine Menge Aufmerksamkeit unserer Gewerkschaften und Verbände für Arbeitnehmer. Aber schauen wir doch mal auf den Nutzen und die Vorteile der Digitalisierung für uns Schwimmbäder. Repetitive Aufgaben, also sich wiederholende Aufgaben, können schneller und leichter erledigt werden. Das Vereinfachen verschiedenster Arbeitsprozesse, die manchmal einfach nur nerven. Die Erweiterung des eigenen Angebots, gerade im Bereich Social Marketing, Kundenbindung oder die Entwicklung des eigenen Schwimmbadjobs, schnellerer Wissenstransfer und effektivere Zusammenarbeit. Das Minimieren des Bürokratieaufwands. Alles in allem bleibt es nicht nur ein spannendes Thema. Es ist sogar elementar. Denn wer heute nicht mit der Zeit geht, der bleibt in Zukunft hinter der Zeit stehen. Und wird definitiv hinterherlaufen. Aber nun zu Hairborner. Denn wie ihr wisst, hat sich Hairborner nicht nur intensiv mit der Thematik beschäftigt, sondern frühzeitig erkannt, dass es ein wichtiger Baustein und Mehrwert für jede Fachkraft da draußen ist, sich der Digitalisierung zu widmen. Und ich war so fasziniert von dem, was dieses Team schon vor Jahren begonnen hat, auf die Beine zu stellen. Ich spreche vom Projekt HP Object, das meiner Meinung nach seinesgleichen sucht, aber auch Vorbild und eine Art Vorreiter in der Schwimmbadbranche ist. Hairborner hat eine geniale Anwendung geschaffen und bietet dir ab sofort und völlig kostenlos die Möglichkeit, deine Pumpen zu verwalten, zu organisieren und nach Wunsch in Echtzeit zu präsentieren. Stromverbrauch, Betriebspunkte, Wartungsintervalle und, und, und. In diesem System findest du nicht nur deine Pumpe, die du deinem Bad zuweisen kannst. Du hast im Grunde einen digitalen Ordner, der für dich rein visuell und rechnerisch alles erledigt. Quasi per Klick, alles im Blick. Aber nochmal langsam. Das Login und die Anmeldung funktioniert über ein einfaches Anmeldeformular. Du legst dir deinen Bad oder deine Bäder als Objekte an. Du ordnest deine Pumpen dem jeweiligen Becken oder Aufbereitungskreislauf zu und hast dann alles in Zukunft auf einen Blick. Was aber ein solches Tool zum absoluten Burner macht, zu einer nutzbaren Plattform, das ist die Digitalisierung. Denn sämtliche Betriebsanleitungen, Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen sind bereits hinterlegt und immer auf dem neuesten Stand. Also Schluss mit dem Papierchaos. Du bekommst über deinen manuell eingegebenen Strompreis die Kosten automatisch ermittelt. Du erhältst Einspartipps, Optimierungspotenziale und in Verbindung mit HP Mind sogar alles in Echtzeit. Das heißt, du kannst hierüber sogar dann auch alles ansteuern. Ja, für die Digitalpolizei da draußen, dieses System entspricht sämtlichen Anforderungen, dem DSGVO und allen weiteren Standards, die dafür notwendig sind. Ich persönlich habe das System jetzt mehrere Wochen unter die Lupe genommen und ich muss schon sagen, so stelle ich mir die Digitalisierung in Schwimmbädern vor. Einfach übersichtlich, logisch und völlig berufsnah aufgebaut und so aufbereitet, dass ich meinen Job im Bad auf das nächste Level bringen kann. Es macht irgendwie die Dokumentation zu einem neuen Erlebnis und das ohne großen Aufwand. Und wir Fachkräfte können in Zukunft einfach mehr Zeit für die wichtigeren Dinge in unserem Job investieren, für die es bisher unheimlich zeitintensiv war, sämtliche Zahlen, Daten und Fakten zusammenzutragen. Damit ist jetzt Schluss. Also hol dir jetzt deinen Testzugang und ich verspreche dir, du wirst es lieben. Bis zum nächsten Video. Schreibt mir gerne eure Erfahrungswerte und viel Spaß bei HP Object. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.